Bevor ich Ihnen etwas zum Schreibprozess und zu Schreibprojekten erzähle, möchte ich Sie einladen, zunächst über Ihr letztes größeres Schreibprojekt nachzudenken. Das kann die erste Facharbeit sein, es kann aber auch eine erste Prosiminararbeit oder Hausarbeit sein, ein Essay, ein Laborprotokoll, was auch immer. Bitte nehmen Sie Stifte, gern auch in verschiedenen Farben und Papier zur Hand und klicken Sie weiter, wenn das Video weiterlaufen soll. Was nun kommt, wird Sie vielleicht überraschen. Bitte zeichnen Sie, wie Ihr letztes Schreibprojekt verlaufen ist. Wie sind Sie von Anfang des Projekts bis zum Ende vorgegangen? Denken Sie an die Arbeitsschritte und daran, wie es Ihnen dabei gegangen ist. Vielleicht gab es auch Personen oder Orte, die eine Rolle gespielt haben. In der Form sind Sie ganz frei. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie weiter. Viel Spaß! Wie läuft ein Schreibprozess ab? Naja, wir überlegen, was wir schreiben wollen, schreiben es auf und lesen es dann nochmal durch und überarbeiten gegebenenfalls. Zumindest erscheint es uns so. In der Schreibforschung spricht man hier von Pre-Writing, Writing und Rewriting. Oder das Schreiben vor dem Schreiben, das Schreiben selbst und das Schreiben nach dem Schreiben. Wenn wir einen Satz oder kurzen Text schreiben, funktioniert es gut, wenn das Pre-Writing im Kopf passiert. Anders ausgedrückt, wenn wir überlegen, was wir schreiben wollen und es dann aufs Papier oder die Tastatur bringen. Wenn wir es mit einem umfangreichen Text von mehreren Seiten zu tun haben, der dazu noch bestimmten Vorgaben folgt und eine Struktur haben wird, die ich auch noch entwickeln muss, sprechen Schreibdidaktikerinnen ebenfalls von einem Schreibprozess. Nur bezieht der sich dann auf ein ganzes Projekt. Vom ersten Gedanken daran, bis der Text ganz und gar fertig ist. Um beides auseinander zu halten, werden wir in diesem Buch Schreibprojekt sagen, wenn wir das ganze Projekt meinen und Schreibprozess, wenn es um den Akt des Schreibens in dem Moment geht. Wissenschaftliche Schreibprojekte lassen sich in Phasen einteilen, die jedes Projekt durchlaufen muss. Für mein Schreibprojekt brauche ich natürlich ein Thema. Eins zu haben bedeutet aber noch nicht, dass ich mit dem Schreiben, also jetzt im Sinne von Schreibprozess loslegen kann. Für einen Text von Hausnummer 15 Seiten wird das Thema immer noch viel zu weit gefasst sein. Sie müssen sich also erstmal orientieren, was es dazu alles gibt und es so eingrenzen, dass eine Bearbeitung realistisch wird. Und jetzt an dieser Stelle ein Disclaimer. Wenn Sie als erstes Schreibprojekt ein Laborprotokoll oder eine Rezension schreiben müssen, betrifft sie die Frage der Themeneingrenzung natürlich nicht in dem Maße. Mit dieser ersten groben Vorstellung können Sie dann recherchieren, Material sichten und strukturieren. Und Sie müssen Ihre Vorhaben strukturieren. Sie sehen, Prewriting gibt es auch auf Schreibprojektebene. Allerdings ist es mit mal eben nachdenken nicht getan. Pi mal Daumen können Sie davon ausgehen, dass 40 Prozent der Zeit, die Sie für Ihr Projekt benötigen werden, in die ersten beiden Phasen gehen wird. Erst dann beginnen Sie, den eigentlichen Text zu schreiben. Wir bezeichnen den Text, der in dieser Phase entsteht, als Rohtext oder etwas weniger vornehm, aber treffend, als Shitty First Draft. Shitty, weil dieser Text ein erster hingeworfener Text sein darf, ohne Anspruch auf Perfektion. Denn bei einem umfangreichen Textprojekt schaffen es nur wenige und sehr erfahrene, professionell schreibende, sofort druckreife Sätze aufs Papier zu bringen. Sie als Novizin im wissenschaftlichen Schreiben dürfen diesen Anspruch an sich selbst an dieser Stelle gleich mal über Bord werfen. Dann haben Sie sich viel erspart. Vergessen Sie perfekte Sätze und Formulierungen. Heben Sie sich das für die Korrektur oder für später auf. Denn zunächst kommt Phase 4, die Überarbeitung. Feedback steht hier nicht umsonst. Wenn man lange an einem Text arbeitet, wird man betriebsblind. Falls Sie sich fragen, ist es nicht schummeln, wenn ich mir Feedback geben lasse? Es soll auch mein Text sein? Nein. Feedback ist ein integraler Bestandteil des wissenschaftlichen Arbeitens. Wissenschaftliche Publikationen durchlaufen den sogenannten Peer-Review-Prozess, in dem Kolleginnen des selben Fachgebiets anonym Rückmeldungen auf eingereichte Fachartikel geben. Die Anerkennung neuer Erkenntnisse, also neuer Forschungsergebnisse, läuft über die Rückmeldung anderer. Und ohne die gibt es also gar keine Wissenschaft. Und Sie können sicher sein, dass Wissenschaftlerinnen mehrfach Feedback von Kolleginnen einholen und diskutieren, bevor sie einen Fachartikel in den Review-Prozess schicken. Für ein Feedback benötigen Sie allerdings keine Fachjury. In Ihrem ersten Text an der Uni werden Sie noch keine neuen wissenschaftlichen Ergebnisse publizieren. Auch der unvoreingenommene Blick einer fachfremden Person sieht schnell, ob Begriffe gut erklärt sind, ob sie sich verständlich ausdrücken, ob etwas fehlt, zu viel ist oder sich wiederholt. Bis jetzt konnten Sie eine korrekte Rechtschreibung und andere Formalia mal getrost ignorieren. Erst wenn Sie das Feedback eingearbeitet und Ihren Text mindestens einmal überarbeitet haben, ist es an der Zeit, den Text zu finalisieren. Was alles dazu gehört, erfahren Sie in Lektion 4. Als Faustregel können Sie davon ausgehen, dass etwa jede dieser Phasen etwa gleich lang dauert. Wenn Sie also 16 Seiten Text zu produzieren haben und zwei Seiten Rotex am Tag schreiben können, dürfen Sie mit 40 Arbeitstagen rechnen. Einmal geht es schneller, ein andermal ertappen Sie sich dabei, dass Sie Ihre Wohnung putzen. Kein Problem, wenn Sie bei Zeiten anfangen. Bitte nehmen Sie Ihre Zeichnung von vorhin und schauen Sie sie nochmal an. Sehen Sie Gemeinsamkeiten zwischen Ihrem Ablauf und dem soeben Vorgestellten? Lassen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen und klicken Sie dann weiter. Und haben Sie Gemeinsamkeiten gefunden? Hat sich Ihr Schreibprojekt während des Schreibens gar nicht so klar angefühlt, wie es in der Pyramide dargestellt wird? Keine Sorge, das ist normal. Die Pyramide ist die Sicht auf das Projekt. Während Sie daran arbeiten, verläuft der Schreibprozess längst nicht so linear. Ständig denkt man über irgendwelche Details nach. Es fällt einem etwas auf, man merkt, man hätte etwas an anderer Stelle anders strukturieren oder schreiben sollen. Und so springt man ständig zwischen Pre-Writing, Writing und Rewriting hin und her. Die Phasen eines Schreibprojekts schreiten wir nicht wie ein Werkstück, das Fließband. Vielmehr durchlaufen wir Schleifen und das gleich mehrfach. Abhängig von dem, was wir in der Recherche finden, entwickelt sich das Thema. Beim Brotextschreiben fällt auf, dass man noch etwas recherchieren muss und so weiter. Diese Darstellung der Forschungsergebnisse von Coffin hier zu empirischen Schreibprojekten zeigt, dass Schreiben in ihrer Arbeit jede Menge Schleifen durchlaufen. Und diese Abbildung ist noch immer viel übersichtlicher als die Realität. Wenn ich mich bei meiner Dissertation beobachtet und jeden Sprung mit einer Linie versehen hätte, würden die Arbeit an meinem Schreibprojekt vermutlich eher aussehen wie mehrere ineinander verhedderte Wollknäule. Auf Schreibwissenschaftlich sagt man, Schreibprozesse verlaufen iterativ. Übrigens empirisch heißt es, die eigenen wissenschaftlichen Erkenntnisse im Projekt auf Beobachtung beruhen. Dazu wurde eine Methode angewandt, eine wissenschaftliche natürlich, die bestimmt, wie welche Daten gesammelt, ausgewertet und interpretiert werden. In den Geisteswissenschaften arbeiten sie theoretisch, aber auch in sozialen Naturwissenschaften werden ihre Seminararbeiten zunächst wahrscheinlich reine Textarbeiten sein. Wenn das alles so chaotisch ist, warum habe ich Ihnen trotzdem die Pyramide vorgestellt? Weil Ihr Projekt die Phasen durchlaufen wird, egal wie chaotisch das auf der Mikroebene abläuft und wie es sich anfühlt. Irgendwann kommt der Punkt, an dem Sie entscheiden sollen oder müssen. Das ist jetzt mein Thema. Jetzt habe ich mal einen Überblick. Das ist die Struktur, mit der ich arbeite. Jetzt beginne ich den Text zu schreiben und vor allem irgendwann müssen Sie fertig sein. Jetzt muss ich nur etwas sagen, das Sie persönlich betrifft. Die Pyramide legt eine bestimmte Arbeitsweise nahe, die wahrscheinlich auf die Mehrheit wissenschaftlich Schreibender, aber nicht auf alle zutrifft. Sie suggeriert, dass man erst mit dem Rohtext beginnen kann, wenn man eine ausgearbeitete Struktur hat. Es gibt unterschiedliche Schreibstrategien. Da gibt es die Schreibenden, die eine Struktur entwickeln und das erarbeitete Skelett dann nacheinander auffüllen. Andere schreiben an mehreren Teilen einer Arbeit parallel. Manche schreiben einfach drauf los. Andere schreiben denselben Teil immer wieder neu, bis er perfekt ist. Wenn man das mit den Phasen in einem Schreibprojekt zusammen denkt, bilden die ersten das strukturierte Schreiben am besten ab. Bei den anderen Schreibstrategien sind die Grenzen zum Rohtextschreiben nicht mehr so klar. Beim drauf losschreiben erschreibt man sich die Struktur durch Rohtextproduktion, während Versionen schreiben eine Form der Rohtextproduktion ist, die man auch als besonders radikale Art der Überarbeitung sehen kann. Wichtig für Sie ist, egal welche Strategie Sie sich angewöhnt haben, wenn sie funktioniert, ist sie okay. Falls Sie sich fragen, warum ich nicht von Schreibtypen spreche, sondern von Strategien, weil Sie die Freiheit haben, eine andere Strategie auszuprobieren, wenn es mal nicht läuft. Darum lade ich Sie nochmals ein, Ihre Zeichnung anzusehen. Vielleicht bildet sich eine hier ab. Klicken Sie weiter, wenn Sie fertig sind. Was Sie an dieser Stelle mitnehmen sollten, Ihr Schreibprojekt beginnt mit dem ersten Gedanken, also lange bevor Sie den ersten Satz des Textes schreiben, den Sie letztendlich abgeben werden. Vor dem City First Draft liegen die Eingrenzungen des Themas, Recherchieren, Lesen und Strukturieren der Materialien und schließlich das Entwickeln einer ersten Struktur. Aus der entsteht dann der Text, aus dem dann in der Überarbeitung die finale Fassung entsteht. Auch wenn Ihr Schreibprojekt diese Phasen durchlaufen wird, Ihr Schreibprozess wird in Schleifen verlaufen. Wie diese Schleifen verlaufen, hängt auch von Ihrer Schreibstrategie ab und kann unterschiedlich verlaufen. Wir Schreibdidaktikerinnen sagen auch gern, es gibt so viele Schreibprozesse, wie es Schreibende gibt. Grundsätzlich gilt, was funktioniert, ist okay. Was für Sie funktioniert, lernen Sie mit der Zeit. Es ändert sich vielleicht auch mit der Zeit. Nicht zuletzt deshalb, achten Sie auf sich. Reflektieren Sie Ihr Schreiben. Seien Sie nicht zu streng zu sich und bleiben Sie dran.